So, herzlich willkommen zu Doom Eternal Ähm, ja, Map 12. Bin ja immer gespammt, was das Wiener für Map, was für, äh, ja. Ne, bin ich mal gespannt, wie dir so wird. Die letzte Map, die letzte Map war ja zum Ende hin wieder eher so suchen, ne. Port bei Heat und Heat. Von daher bin ich da echt mal von gespannt. So, wir sind hier auf dem Schiff, oder was? Ach ja, da war ja was. Boah, alter. Wie ist deine Ernstmenge los? Wow. Na, komm zu mir, mein lieben Klein. Ähm. Uh-oh. Oh! Was? Ich will hier bief. und weiter ich hoffe so ein bisschen hell draußen ja und dann einfach gar nichts aber gut soll ja auch macht seine nein oh Wo denn? ich habe sogar einen schalter in der halle aber auch ziemlich sieht mir wieder absolut geil aus ja wacht da war grad verschwendung aber wenn er versuchte waffe zu wechseln welcher locker gestorben von wo denn das loch und und Da guck ich also nicht treiben, wie es aussieht. Die Frage ist, wie komm ich denn da raus? Da gibt's Treppen. Also ich hab hier übrigens einen Schalter gedrückt. Die Frage ist, was hat er gemacht? Hat er überhaupt irgendwas gemacht oder tut er oder so? Ah, da hinten ist noch ein Schalter. Okay. Ach doch, hier ist noch ein Schalter. Aber den kann ich da nicht drücken, weil... Ich brauche da was Gelbes, oder das ist nicht meine Pisse. Ah, das geht auch. Alter, man sieht hier auch so gar nichts. Man sieht hier einfach ein Scheiß. Uh-huh. So, das war's. Das ist bestimmt Toxic. Nee. Das war's wahrscheinlich nicht Toxic zu sein. Okay. Ich dachte, weil es jetzt extra eine andere Farbe hat, deswegen dachte ich, dass es Toxic ist. Na gut. Man sieht hier einfach gar nichts. Oh! dann würde sie sieht man helle kugeln umso besser ja die von der kante ich schätze mal da müssen wir hin das heißt ich möchte mal kurz rennen wir einfach mal dahin das war so fast der impf da war und das ist auch noch ein impf komm zeig dich man sieht einfach so absolut gar nichts das ist ja so scheiße dunkel schieß doch mal und was genau hast du jetzt hier gebracht gar nichts außer schmerzen manchmal geht es noch weiter nach ach nee ist bloß da ist bloß im Wasserfall so geht es hier noch ein bisschen weiter ne jetzt muss noch ein Podest ich erledige mal hier jetzt noch den höheren na klar na klar ach schluss ach schluss ok ich bekomme erstmal halfback oh ich bin auch noch weiter ja schau mal da an so das war die Seite ja da geht es aber noch mal andere Seite und ach gibt es noch viel mehr Wege achso das hier ist ein Kreis ok ja das hier ist ein Kreis gut da gibt es also doch nicht so viele Wege da gibt es noch ein dann gibt es hier bloß noch einen das ist also innen auch wieder laut gegründet sehr schön okay nein du gut ha war klar ey er macht ne geile Treppe ey so ne richtig zigzag Treppe ey so ne richtig zigzag Treppe und so ne richtig zigzag Treppe ey wie Da ist was großes. Auch schon wieder so ein dreionckiger Kopter. Wo, 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 wo. Ich hab das Licht an und sie haben einfach trotzdem nichts. Oh, wir sind. Okay. Und was genau dieser Schalter jetzt getan? Alter, man sieht ja einfach gar nichts. Ah! Okay. Das ist jetzt hier ein bisschen creepy? Hallo? Ist da jemand? Ah, du Scheiße. Warum frag ich überhaupt? Ja, komm her. Ich höre einen Kakodemon und das war für keinen Spaß. Ach, du Kacke. Tschüss, ich bin mal weg. 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 Oh, meine Hand Okay Hallo, wieder Mafia Okay, ich muss da rein Das war die Dünfte, die ich hier hatte War natürlich klar Ich dachte, da kann ich ihn schon bekämpfen Aber war natürlich klar, dass natürlich wieder alles hier reingespawnt wird Ah, Trap an, Mädel Boah, Alter, drei Stück Are you fucking kidding me? Okay, das ist mein Stück, ja Das kann man hier noch gar nicht anvisieren Trap an Hallo? Was ist los mit dir? Hey, ich bin hier Ich schmeck nach Döner Ich bin lecker Ess mich, friss mich Essen tun Menschen, die Monster Kommst du jetzt mal oder was? Wie wär's mal, du und ich eine Nacht Ich schenk dir meine Jungfräulichkeit Sag mal, hallo Ey, was ist hier jetzt? Komm mal her, ja Schon wieder Infighting oder was? Oh, scheiße Du Antraben Du Immer noch ran Oh, hat das schon gereicht? Oh, nice Äh, 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 da sind einfach immer noch welche Oh mein Gott Ich hab genug kocht, na Oh, du bist mir rot, er wird fallen Uh Trabbt an, Mädels. Weiß er hat meine Hand heute irgendwie. Total taub. Total nicht so schön. Quasi hier ein Spiel mit verschärften, ähm, mit einer verschärften Umgebung. Meine Hand ist taub, das gesamte Setting hier ist dunkel, sehe ich einfach gar nicht und draußen ist es hell. Und ich sehe es noch nicht mehr sehr. Ich sollte vielleicht mal den Gamma-Guard hochdrehen. Was hat ein Cyber Demon? Ich hoffe nicht. Das wäre noch wirklich vielleicht ein bisschen viel. Es ist ein Cyber Demon. Och, leck mich doch. Ja, komm, schieß. Okay, die geht. Die Imps scheint eh nicht herzukommen, warum auch immer. Hängt die mit dem Go fest, oder? Oh, Gott, Alter. Warum ein Cyber Demon? Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr leben. Ich meine, ich habe mir zumindest ein gut gefällt, um zu schießen. Ich will nicht mehr. Ja, doch. Der ist da echt im Hallen Feld festgesetzt. Was heißt, ich habe tatsächlich gute Chancen, ihn zu erwischen, Alter. Die Impfee kommt echt nicht. Alter. Okay, ich weiß mal was total dumm ist. Ich wusste doch, dass es dumm war. Aber da habe ich mir jetzt alle rausgelockt, dass ich da die Dinger als Deck benutzen kann. Ja, ist ja gut jetzt hier. Meine Gott, Cyberdemand. Beruhig dich mal ein bisschen. Wo ist dieser? Boah, Alter, den kann ich ja nicht treffen. Oh, Alter. Das ist aber gerade schon ein bisschen traurig. Ach, da ist auch noch einer. Habe ich gerade schon gefragt, wer mich hier von hinten getroffen hat. Da steht ein... Dings, aber muss doch auch plötzlich nicht. Woa! Ach nein, Alter, ernsthaft? Jetzt doch noch eine Arschweil. Ihr habt doch echt alle in den Arsch rufen. Oh Gott. Oh Gott. Da sind wir zwei. Wie hätten die ja nochmal? Mancure bist, ne? Doch, glaube ich schon. So, hier bist du. Nein. Wo ist der denn mit der Arschweil? Der hat mich von da hinten aus gesehen. Der hat mich da hinten von da hinten aus gesehen. Das heißt, er muss hier irgendwo im Sichtfeld sein. Ich glaube da oben. Ja, er ist da oben. So, wo ist der denn, der hier immer schießt? Hier ist irgendwo ein Hit-Warner. Die Frage ist, wo? So, da hinten ist der Arschweil. Da hinten ist der Spektrum. Ja, komm, zeig dich. Ist er tot? Scheiße. Wow, 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 wow. Nein. Okay, egal, klar. Ich muss dein Leben. Zeig mich. Oh, ich habe gar nichts gespeichert. So, ein bisschen aufräumen hier. Okay, egal. Hallo? Hier kann ich nicht rein? Lol Der hinten kann ich rein, aber der hinten kann ich nicht rein. Vielleicht gibt's ein Secret? Ja, war doch klar, hier gibt's ein Secret, deswegen kann ich hier rein. Ähm... Äh... War das gut? Oh nein, das war gar nicht gut. Ach, das war der Spectre, den ich von unten erledigt habe, kann das sein? Wobei, dafür ist das jetzt weg. Oh ja, der hinten rein. Okay. Ja, das sind die, die hier unten zu sehen waren. Die Gar, du Kacke. Ähm... Okay. Ach du Scheiße, ihr wollt mir mal verarschen. Ihr wollt doch alle hart penetrieren. Haha, nicht getroffen. Ah, klar. Los, ich muss sowas nach unten. Das wären die alle, die ich da gerade rausgelassen habe. Erstmal alle hier, ähm... Vergewaltigen? Das war so hart, dass du schmerzt. Ja, da kommt sie schon. Oh Gott. Kannst du dich bitte in Ruhe lassen hier? Ja, schießt euch Gänsel ab. Perfekt. Du, deine Mutter ist nicht stolz. Ja, da war wieder der Archweil. Auf den Archweil muss ich echt aufpassen. Der kostet mich noch meinen letzten her. WTF? Wo war ich denn jetzt gerade? Was hast du denn für kleiner schmaler Gang, ey? Wo war ich denn? Und wo denn? Was noch? Da ist jetzt wieder mein Mr. Archweil. Oh Gott, die Gänge da, die sind echt, echt nicht schlecht. So, die Frage ist, was ist hier los? da hinten ist auch noch ein imp ach man, auf der sitzt auch noch ein imp ok, aber ich brauche einen blauen key so, was ist das, was, hier ist, ja klar, da drinnen ok, halt also von gelben Sachen, so wie das Ding da, fernhalten das tut doch nicht allzu gut allerdings kann ich da dafür auch relativ gut und einfacher Kittrex reinballern ok, der F ist weg das war mehrere glatte Kopfschüsse, das kannst du nicht übernehmen, das war chirurgische Präzision ja, ich bin ja hier in Erinnerung fuck, er lebt noch er lebt jetzt immer noch test hallo, ich bin hier ne, er scheint nicht mehr zu existieren sehr schön dann kommen wir zuerst mit dem Arzschweil endlich mal weg erstens mal können sie mir nichts mehr Böses und zweitens könnte ich meine Monster wieder beleben ok, das heißt, wie gesagt, von gelben Dingern, definitiv fernhalten so, jetzt ist die Frage, erledige ich den Cyberdemon, muss ich ihn erledigen? weil, ich meine, ich könnte ihn erledigen, das ist hier super leicht, weil das Terrain, ich meine, ich kann einfach so draufziehen und schießen bam 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 die Frage ist halt, es wäre halt, wenn es nicht nötig wäre, eine ziemliche Munitionsverschwendung deswegen würde ich eh nicht das irgendwie das mal lassen ah, da habe ich mich noch den Vorteil, wenn sie sich hier später nochmal gener rein spawnen ich die praktisch über die Cyberdemon auch nochmal zu einem Infight bewegen könnte so, und ich denke mal, ich muss man, ich muss eins von diesen Band Genki benutzen das ist nämlich das einzige, wo es grad weiter geht, soweit ich das hier überschaue ich könnte aber nochmal gucken, ob es nochmal ein paar Secrets gibt wo bin ich da oben nicht ähm weil hier auf der Seite gar kein Secret deswegen guck ich mal auf der anderen Seite auch noch ein Secret gibt Victoria's Secret ne, kann ich nicht rein hier kann ich rein, aber hier ist nicht kann ich nicht rein kann ich auch nicht rein kann ich nicht rein, haben schon probiert und hier auch nicht ok gut also gehen wir mal durch eins der beiden Dinger da die Frage ist, welches nehmen wir zuerst das Ding oder das andere Ding das hier sieht äh äh, sieht beides nicht versprechend aus ich mach erstmal das Ding hier ich mach erstmal das Ding hier ich mach erstmal das Ding hier blöke das Ding, schau da ich komm erstmal aus nicht zurück blöke flöken blöke 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 Was ist das? Was ist das? Das war ein glattes Kopfschuss! Oh mein Gott! Oh da oben! Oh, komm mal runter. Oh, da komm ich ja schon. Hallo Mädels. Oh mein Gott, das ist der UNO-2. Are you fucking kidding me? Oh mein Gott. Puh, war's das? Spoiler. Ah, Digga, ich treffe dich. Da renne ich schon extra frontal drauf zu, um wirklich zu treffen, in der Hoffnung, äh, oder in Kaufnehmenderweise, dass ich Schaden bekomme. Und dann bringt das nicht mal was, weil ich's denn in die Zettel schieße. Alter. Also doch lieber Rückzug. So. Jetzt komm runter. Es sind zwei. Gut, dann nehm ich lieber die Flucht. So. Wobei das hier wahrscheinlich besser wäre, das so zu machen. Wie kann ich besser agieren? Oh, es kommen noch mehr. Digga, wie viele denn bitte? Tschüss. Was? Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt teleportieren sich alle runter. Womit hab ich das verdient? Warum müssen sich immer alle rumteleportieren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich bin gefickt. Also doch nochmal frontal versuchen. So. Easy. Hab mir das ja grad schon viel Leben gekostet, aber es war hier einfach die beste Idee. Alles andere. So viele gelbe Schalten, ich hab noch keine gelbe Karte. Hä, hier schon wieder? Ja, ich bin hier schon wieder. Wow. Hat's dir echt Knorkel gelohnt. So. Was, jetzt hat's dir nicht rund gelohnt? Nee, ne? Muss doch irgendwas sein, was dir ganz aufstieg, abstieg rechtfertigen würde. Vor allem komm ich hier wieder raus. Ach so, ja klar. Ich hier rauskommen, ist klar. So, da ist ne Perle. Das ist ne Perle. Wie komm ich da hin? Geh mal wieder hier hoch. Das war klar. So. Geh mal. Da soll irgendwas sein. Oder auch nicht. Dann gibt's jetzt noch eine Alternative. Und zwar... Ach scha- Hab ich das gespeichert? Nein, ich hab natürlich nicht gespeichert. Oder? Doch. Nein, ich hab mich gespeichert. Danke dafür. Was soll ich da jetzt nicht? Boah, Alter, dass ich das Ding aber auch aufnehmen muss. Was soll ich denn jetzt machen? Alter, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Oh, Mann, ey, was mach ich denn hier eigentlich für den Scheiß? Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Also da auch nicht. Ach, hier war noch so rot. Gut, dann nehme ich lieber das Ding. Das trennt mich ja schon wieder alles an den Rand des Wahnsinns. Ja, gut. Das mit den Raketen war natürlich eine super Idee, die gegen die Treppen zu schießen. Das hat den Fischern auch richtig Angst eingejagt. Man hat richtig ihr Angstschweißstörungen gesehen. Alle weg. Oh, scheiße. Und wer ist denn grad runtergegangen? Ach, das Ding ja wahrscheinlich. Okay, komm ich hier runter. Gucken wir mal, ob es irgendwas gibt. Außer ein Cyberdemon. Gut, das war also mit der Tür schon mal eher weniger. Wobei ich kann da ja drüber springen. Aber ich kann ja drüber springen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bei das auch so eine Sache ist, weil normalerweise kann man hier ja nicht überspringen, ne? Und SA50 geht ja wahrscheinlich auch nicht. Ne, geht nicht. Dann lasse ich das erstmal sein, weil dann heißt es nämlich, dass man da normalerweise auch nicht hin kann. Äh, da komm ich gar nicht weiter. Hä? Äh, Justin, wir haben ein Problem. Also, dann gehen wir nochmal ganz klassisch durch. Wir haben hier soweit alles erforscht. Da hinten ist noch ein Secret. Da ist auch noch ein Secret. Aber das ist jetzt nicht so primär wichtig. Da kommen wir nirgendwo weiter. Da hinten brauchen wir was blaues. Da brauchen wir was rotes. Da ist das Cyberdemon in der Mitte. Tja, und andere Wege, die im Sinne gibt's nicht. Wir brauchen überall mindestens was gelbes. Also, ja, wir haben zwar schon noch weiße gelbe Schalter gesehen. Aber irgendwie haben wir halt noch keine gelbe Karte. Ähm. Aha. Und das sind im Let's Play. Ich meine, klar, wenn ich jetzt so spielen würde, wäre es halt immer kein Problem da schon lang zu suchen. Aber beim Let's Play immer schon lang zu suchen ist natürlich ein bisschen blöd. So. Genau. Hier haben wir auch schon alles für mich geguckt. Ich geh nochmal raus. So. Hier war's. Kann natürlich sein, dass dieser Fischkopf da... Oh. Das hier möchte ich gar nicht mehr schalten. Ne auch nicht. Na gut, dann geh ich mal gleich zum Fischkopf. Auch nichts. Das ist deprimierend. So. Da soll ein Schalter sein. Äh. Schalter ist auch schon. Wo will ich denn? Ach, da oben bin ich. Gott. Äh. Ah, komm. So. Da unten ist auch noch ein Secret. Ja. Achso, ja klar. Das ist das Ding da oben. Und die Frage ist, wie komme ich da hin? Hehehe. Und so wie es aussieht, dann werde ich wofür ich hin teleportiert. Wofür teleportiert? Das hier sieht aus wie Teleporter. Oh. Ach, das ist natürlich wieder kein Secret. Ist interessant. Hm. Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt tun? Oh. Oh. Und wie immer? Oh. Oh. das war gut. So, wo ist der gelbe oder blau oder rote Kee? An welchen Kee kommen wir zuerst ran? Der gelbe Kee ist ganz hier vorne? Ach nee, halt, da komm ich gar nicht hin. Da komm ich nicht hin. Da vorne ist was. Wow, da wo die Dinger da waren. Okay, also doch wieder zurück. Äh, wow, Alter. Ach so. Ja, aber irgendwo, dann hier rein. War der vorhin auch schon da? Ich meine, ich hab doch... Na gut, kann sein, dass ich ihn vorhin nicht gesehen habe. Das ist natürlich im Rahmen der Möglichkeit. Die Frage ist, wie kommen wir, also wie, 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 wie kommen wir dahinter? Hm, Schalter hat ich uns vorgesehen. Hier ist Sorumol. Jump, jump, all around, jump, jump, da sind. Hier ist auch noch sowas. Ah, das ist hier viel. Oder auch nicht. Ich verstehe das nie. Ah, da oben komm ich nicht lang. Ist da für den Archweil. Da müssen wir erstmal hinkommen. Okay, ich versuche uns auf Detailbadema zu erledigen. Vielleicht müssen wir den ungefähr erledigen. Oder wir müssen da irgendwo hin. Ich geh mal zu ihm hin. Hallo mein Fall. Äh, nee, ist gar nichts. Ich bin echt ein Leading. 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 Im xem. Oh, er ist runtergefallen. Oh Gott, hast du die Beine gebrochen? Oh, du Armer. Die Sache ist halt, es ist halt eine riesige Verschwendung an Munition. Deswegen würde ich das halt wirklich nur machen, wenn uns das was bringt und wie es aussieht, hat uns das nichts gebracht. Weil wir sind noch kein Deutsch weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ah. Das war ja wieder Sass mit X. Äh, nein. Nein. I, D, D, D. I, D, D. So, da kommen wir nicht hin, kann man vergessen. So, da ist der blaue Schlüssel, der ist aber von der Tür geschützt. Die Tür da unten ist gesperrt. Warte, da kann ich die Brass aktivieren, die so ein Ding hat. Na gut, dann wisst ihr also nicht, was ich meine. Ähm, ähm, ähm. So. Wo ist der Cyber Demon? Da ist der Cyber Demon. Hinter dem Cyber Demon ist soweit nichts. Also doch, aber da müsste ich erstmal hinkommen und das sieht nicht so auf. Ah, nee, da kommt man von hinten rum hin. Das heißt also, da brauchen wir die blaue Karte. Da haben wir die blaue. Wo ist denn der gelbe Karte? Achso, der gelbe Karte war ja hier unten irgendwo. Genau da. Wo kommen wir denn da wo hin? Ach, Moment mal, da ist noch ein kleiner Weg. Okay, da ist noch ein kleiner Weg. So, auf der Seite haben wir alles, oder? Geht's da noch weiter? Ne, da geht's nicht mehr weiter. Da haben wir alles. Genau. Ähm. Aber hier ist noch ein Secret. Die Frage ist, ist das nur ein Secret oder kommen wir da weiter? Ich latsch da mal hin. Wow. Ein Moment, ich abhalten. Wie ist das bei der Mastermind? Äh. Wie ist das Cyber Demon? So, da soll wohl noch irgendwas sein. Bitte was? Oh, ja, ich musste da, okay. Aber wie konnte ich das auch nicht übersehen? Kann man so blind sein? Wie kann man nur Ronny heißen? Aber die Teat... Aber die Teat... Ey, ich hab' ich echt nie wahrgenommen. Mhm. Wie kann denn sowas passieren? Oh, ist mir schon gefangen. Ah, schon wieder so ein Sighting, also ist das wohl ein Secret, was hab ich jetzt bekommen? Oh, Rocket Launcher. Ah ja, danke dafür. Also bringt uns das auch nicht wirklich weiter. Mann, Alter, also doch, das ist ein Secret. Verfluchte Scheiße. Wo komme ich denn hier, wie weiter? Oder ist der Schalter Thors gedrückt? Hatte noch was auch nicht gemacht. Nee, das ist jetzt wieder desalettiert. Ich will doch nur ne gelbe Karte. Oh, Mann. Ja, kein Problem, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ist hier irgendetwas? Ich weiß nicht, irgendwie kommen wir hier grad nicht wirklich gut voran. So, da haben wir das Secret, dann Graf hier. Da ist blau, da ist rot, da gibt's weiter, aber da kam auch nichts mehr. Ist auf dem Schalter, ist Sign. Nein, ist da nicht. Außer der gelbe da hinten. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, irgendwie scheint das Spiel uns nicht wirklich zu mögen. Also die Map jetzt hier uns nicht wirklich zu mögen. Ich versuche mal noch mal da zu diesem kleinen, ähm... Hallo. Äh. Hm. Ach, äh. Oh lol, ich war... ...warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ähm, hab ich das vor dem Secret... äh, vor dem Secret holen gespeichert oder nach dem Secret holen? Ah, ne, sie wird heute noch nicht geholt. Egal, bräuchte ich auch nicht weiter. Das tut's ein Rocket Launcher. Ne, aber wenn da ein Schalter ist... ...dann könnte ich auch rein theoretisch den Schalter drücken und... Ah, sag ich doch, das geht nämlich. Yay! Lol, wenn man nämlich den Schalter drückt und dann auf die Plattform geht, noch bevor sie ganz oben ist, dann geht sie nicht wieder runter, weil sie noch beim Hochkommen ist... ...und dieser Trigger, dass sie wieder nach unten geht, funktioniert erst, wenn sie komplett oben ist. Das heißt also, man braucht nur Schalter drücken und dann schnell auf die Plattform... ...und damit kann man über die Plattform rüber gehen. Ohne dass sie dabei runter geht. Das war ja natürlich wieder hier... Secret Deluxe. Wo denn? Kommt alle zu meinem Papi und äh... ...eure Müttern. So, die Roten sind ja schon auf ihren Podesten gefangen. Wobei sie mir trotzdem ein bisschen Angst machen. Wow! Ach, war doch klar! Oh, die kommen alle runter! Scheiße! Scheiße! Die machen uns einfach so Schritt-Damage! Wo bin ich jetzt hier? Achso! Aua! Okay! Wo ist denn der andere? Ach da! Boah, wie kann man denn so schlecht treffen, wie ich ja schon wieder? So, ich glaube, ich habe echt ledige Trigger mit Raketen. Was? Oh, das wird heftig! Das wird schön! Das wird... Ach so, siehste, ich bin auch bescheuert, Alter! Wenn ich die eh mit Raketen erledige, kann ich sie ja auch von hinten aus erledigen. So, ihr beide kommt bitte her! Für euch wahrscheinlich keine Rakete! Was? Wie kann ich den denn schon... Oh, Alter! Hä? Warum ist der denn schon unten? Oh, mein Gott! Oh mein Gott! Kommt alle runter! Oh! 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 Warum ist er verraumt, seid ihr denn jetzt schon unten? Oh, da ist der nächste auch unten Wow, 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 wow Okay That was crazy Dankeschön, 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 Dankeschön Ich hebe mich auf, für später, man weiß ja nie Aber auch hier haben wir jetzt eigentlich an sich nichts bekommen, oder? Und ich dachte, das wäre jetzt hier voller Durchbruch Aber abgesehen von dem Ding hier ist hier gar nichts Ich meine, es war auch cool, dass hier so ein Ding ist, ne? So fürs Ende der Map kann man nochmal schön alles aufleveln Ah, oh, hier geht's auch noch weiter, na, schau mal an Oh, ähm, ich geh weiter Das gefällt mir jetzt offengesagt nicht wirklich, oder warum ist was? Oh Nein, wie konnte ich denn das schon wieder vermatteln, ey? Oh Digger, was ist denn so viel los heute? Boah, die einfachsten Schießkommel, ich kriege nicht hin, Alter Das ist quasi das 1x1 des Schießens und ich verkacke Das ist ja nicht mehr normal So, wo bin ich jetzt hier? Ach, es kommt von der anderen Seite rein Ach klar, noch 150% Leben, wollte ich wieder so am ablosen bin hier, halt Ähm, doch Hallo? Danke Oh, ich hab's schon wieder ein gelber Schalter Alter, da wird ihn, wollte ich mich provozieren? Machst du das mit dem Gelbschalter absichtlich? Oh mein Gott Ahhhh Jawoll Wir haben's geschafft, ich weiß zwar nicht wie, und hier ist auch noch was Achso, irgendwas ist das Fenster Komm ich da hin? Das sieht so aus, als wenn es dafür gedacht ist, dass wir da hin kommen Ja, man kommt da hin Ahem Hello, Motherfucker What? Uh, ha Und jetzt? Kann ich da rüberspringen? Nee Doch, aber das war nicht gut Ahem Ja Ähm Fuck, man kann nicht zurück Ahhhh Okay, wo könnte das ganze Ding hinführen? Ach, das wird wieder in den Raum rein? Nee Hä? Ich gucke in die falsche Richtung Oh Gott, ich gucke nach unten Nicht nach oben Meine Güte Äh, das heißt, ich muss nach links Dann komme ich direkt aus der Tür raus Okay Das ist doch mein Wort Man sollte die Tür auch treffen Ich sollte vielleicht erst mal den Imp allisieren an der Stelle Ähm Das war ja jetzt voll Also ich meine, ja ne Dieser gekonnte Nichtskönner Keine rein Genau so sollte das sein Easy Ihr Deppen Guck mal her Ich habe ja Achso, nee Warte, das muss ich mir nicht sagen Okay Kommen wir nicht raus Die kommen nicht raus Die Deppen Ha! Hier ein Loops Ach doch Ach doch Die kommen irgendwie echt nicht raus, kann ich Ja ne, die kommen nicht raus Der ist schon wieder so eine Waffe Die von Monster nicht durchgegeben ist Geil für mich, schlecht für euch, ihr Deppen Da ist noch ein Imp Da ist noch ein Imp So Das ist schon wieder Oh mein Gott Ja Ja Klar Mein Leben habe ich überhaupt noch 45% gehen Das geht doch eigentlich noch voll Und die Teleposition ist natürlich erst drei, wenn ich da irgendwo schon bin Digga, wo wurde überall Dahinten ist so einer In der Wand in die Knochen Kommst du jetzt mal? Was bist du denn jetzt? Alter, Leute, das geht nicht Und das alles nur wieder für den gelben Schalter Boah ey Hallo, ich bin jetzt bitte wieder hoch, danke Zum Glück war diese blaue Kugel, das hat sich jetzt nämlich nicht überlebt So Jetzt Blau Andererseits Wir spielen mittlerweile auch schon wieder so lange Aber guck wie groß ist denn jemand noch? Noch ein ganzes Stück Noch ein ganzes, 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 ganzes Stück Das heißt Ich mach, denk Ich guck mal ganz kurz wie kurz, wie lang die Aufnahme ist Äh, hab ich schon gespeichert? Der wüsste ich gerade Ja, doch hab ich Äh, wow Der perfekte Ausblick, um zu speichern Jetzt komm, mach mal eine So, wie lang ist die Aufnahme schon? Äh, 6 GB Arbeit Mh, könnte mindestens ne Naja, auf 30 Stunden Sollte das sein Ohne 30 Stunden Okay, gut Mach ich an der Stelle jetzt auf Feierabend Ähm, ja Da sehen wir uns also zum nächsten Mal zur Fortsetzung wieder Ähm In dem Sinne würde ich dann mal sorgen Schau mit V Und bis dahin Denn dann Weil Uns fehlt noch fast die Hälfte der Gegner Und wenn ich mal bedenke, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um den blauen Key zu finden Das kann alles noch ein bisschen dauern Von daher Vor allem die ganzen gelben Tür, die würde ich alle definitiv offen haben Und so wie die mich jetzt getriggert haben Ich will alle gelben Also ich würde jetzt den gelben Schlüssel finden Und dann alle gelben Schalter betätigen Weil hoffentlich kommt da noch ein super geiles Secret Oder Wahrscheinlich muss man das sowieso schaffen, um in den Map weiterzukommen Ich hab keine Ahnung Von daher Schau mit V So Das war das Falsche, wenn es war Ähm Ich will bitte weggehen Jetzt Alter Ich möchte nicht nach Kuh suchen Sondern ich möchte hier rein und die Aufnahme beenden